As-salamu alaykum wa rahmatullah und herzlich willkommen kleiner Muslim. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich dir von einem Propheten erzählen, dessen Geschichte Allah oft nach der Geschichte von Lut und seinem Volk erzählt. Dieser Prophet heißt Shu'aib und er hat in der arabischen Stadt Madian gelebt. Shu'aibs Volk Madian war ein sehr böses Volk, das nicht an Allah geglaubt hat. Sie haben den Leuten Angst eingejagt, die reisenden Menschen erschreckt und sie bedroht. Sie haben ihre Handelspartner betrogen. Wenn sie etwas verkauft haben, haben sie den Käufer hinters Licht geführt und ihm heimlich weniger gegeben, als er bezahlt hat. Aber wenn sie selbst etwas gekauft haben, haben sie mehr bekommen wollen, als sie bezahlt haben. Sie waren also in vielen Hinsichten Menschen mit einem sehr schlechten Charakter. Sie waren Menschen, die Dinge getan haben, die Allah wütend machen. Und obendrein war ihnen das sogar noch egal. Und so hat Allah einen Propheten zu ihnen geschickt. Shu'aib. Er soll sie zu Allah aufrufen und sie vor der gewaltigen Strafe warnen. Und weißt du, womit Shu'aib bei seinem Aufruf zu Allah begonnen hat? Er hat so angefangen, wie alle Propheten, die von Allah geschickt werden. Und wir sandten zu Madian ihren Bruder Shu'aib. Er sagte, mein Volk dient Allah. Keinen Gott habt ihr außer ihm. Sie sollen Allah anbeten und niemanden außer Allah. So fängt jeder Prophet an. Denn alles, was ein Mensch an guten Dingen tut, bringt ihm absolut gar nichts, wenn er nicht einzig und allein Allah anbetet. Und dann hat Shu'aib ihnen auch gesagt, dass sie diese ganzen bösen Dinge, die sie tun, lassen sollen. Allah hasst diese Dinge. Also hört auf damit. Nun ist ein klarer Beweis von eurem Herrn zu euch gekommen. So gebt volles Maß und Gewicht und schmälert den Menschen nicht ihre Sachen und stiftet auf der Erde nicht Unheil, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist. Das ist besser für euch, wenn ihr gläubig seid. Aber das Volk von Shu'aib wollte ihm nicht glauben. Sie sagten, Das Volk hat sich über Shu'aib lustig gemacht. Shu'aib, dieses Gebet, was du da betest, ist es das, was dir befiehlt, dass wir unsere Religion ändern und nicht mehr das anbeten sollen, was unsere Väter und Großväter schon angebetet haben? Ist es dieses Gebet, was dir sagt, wir dürfen mit unserem Geld nicht das machen, was wir wollen? Ach Shu'aib, bestimmt bist du ja der Tolle und der Vernünftige. Er sagte, O mein Volk, was meint ihr, wenn ich mich auf einen klaren Beweis von meinem Herrn stütze und er mir eine schöne Versorgung gewährt hat? Und ich will mich von euch nicht unterscheiden, indem ich das tue, was ich euch verbiete. Ich will nur Besserung, soweit ich kann. Der Erfolg wird mir nur durch Allah beschieden. Auf ihn verlasse ich mich und ihm wende ich mich reuig zu. Shu'aib hat ihnen erklärt, dass er die Sachen, die er ihnen befiehlt, auch selbst tun wird und sich selbst auch von den Dingen fernhält, die er ihnen verbietet. Immer und immer wieder hat Shu'aib sein Volk gewarnt. Er hat sie auch davor gewarnt, dass eine Strafe zu ihnen kommen könnte. Eine Strafe wie die Strafe von dem Volk von Nuhr, dem Volk von Hud, dem Volk von Salih oder dem Volk von Lut. Sie sollen Allah um Verzeihung bitten. Sie sollen zu Allah zurückkehren. Dann wird er sie nicht bestrafen für das, was sie davor getan haben. Aber das Volk hat nicht aufgehört, sich über Shu'aib lustig zu machen. Sie sagten, Shu'aib, wir verstehen nicht viel von dem, was du sagst und wir sehen ganz sicher, dass du unter uns schwach bist. Wenn nicht deine Sippschaft wäre, hätten wir dich sicher gesteinigt. Du hast ja bei uns kein Ansehen. Du bist nicht stark, Shu'aib. Und wenn du nicht in deinem Volk und mit deinen Leuten zusammen gewesen wärst, dann hätten wir dich gesteinigt. Er sagte, Oh, mein Volk, hat meine Sippschaft bei euch mehr Ansehen als Allah? Und habt ihr ihn hinter eurem Rücken gelassen? Gewiss, mein Herr umfasst das, was ihr tut. Mein Volk, habt ihr etwa mehr Angst vor meinen Leuten als vor Allah? Wegen meinen Leuten lasst ihr mich in Ruhe, aber ihr lasst mich nicht in Ruhe, weil ich der Prophet von Allah bin? Und da hat Shu'aib ihnen gedroht. Und mein Volk, Handelt nach eurer Stellung. Ich werde ebenfalls so handeln. Ihr werdet noch erfahren, über wen eine Strafe kommen wird, die ihn in Schande stürzt, und wer ein Lügner ist. Und wartet es ab. Ich bin mit euch ein Beobachter. Sein Volk wird sehen, wer die Strafe bekommen wird, und ob er ein Lügner ist oder sie. Allah wird zwischen ihnen entscheiden und allen die Wahrheit zeigen. Aber die Leute in seinem Volk haben ihm gedroht. Wenn er nicht ihre Religion annimmt, dann werden sie ihn und alle, die ihm glauben, aus der Stadt rausschmeißen. Aber Shu'aib würde niemals tun, was sie wollen. Er würde niemals seine Religion verlassen. Und auch die Leute, die Shu'aib gefolgt sind, wollten niemals zurück zu der Religion von dem Volk. Sie, die Leute in dem Volk, sagten, Du gehörst ja nur zu denjenigen, die einem Zauber verfallen sind. Du bist nur ein Mensch wie wir. Wir meinen sicher, dass du zu den Lügnern gehörst. Lass doch Stücke vom Himmel auf uns herabfallen, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Shu'aib, du bist nur ein ganz normaler Mensch, so wie wir. Du bist kein Prophet. Aber wenn das wirklich stimmt, was du sagst, dann hol uns doch die Strafe, vor der du uns die ganze Zeit warnst. Aber die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war, sagte, Wenn ihr Shu'aib folgt, dann werdet ihr sicher Verlierer sein. Man sagt, dass Allah dann eine sehr starke Hitze auf dieses Volk geschickt hat. Sieben Tage lang war es unglaublich heiß. Kein Wind hat mehr geweht und kein Schatten und kein Wasser konnten gegen diese Hitze helfen. Danach hat Allah eine Wolke zu ihnen geschickt. Und so sind sie gleich alle zu dieser Wolke gegangen und haben sich unter ihr versammelt, um in ihrem Schatten stehen zu können. Und dann hat Allah aus der Wolke feurige Funken hervorkommen lassen, die auf die Menschen fielen. Die Erde fing an zu zittern und zu beben und aus dem Himmel kam ein gewaltiger Schrei, mit dem sie ein für alle Mal ruhig gestellt wurden, nachdem sie sich auf diese widerwärtige Art über Allahs Propheten lustig gemacht haben. Ihre Seelen haben ihre Körper verlassen, sodass sie auf den Boden gefallen sind und dort nur noch leblos herumlagen. Die, die Schuaib zum Lügner erklärt hatten, lagen nur noch tot dort, als ob sie nie in der Stadt gewohnt hätten. Und sie waren die Verlierer. Weg mit Madian, wie auch Thamud, entfernt wurde. Schuaib und diejenigen, die an ihn geglaubt haben, wurden von Allah gerettet. Und das ist immer das Ende von den Menschen, die an Allah glauben. So schwierig und so anstrengend die Zeit davor auch sein mag. So kehrte er sich von ihnen ab und sagte, Mein Volk, ich habe euch doch die Botschaften meines Herrn ausgerichtet und euch gut geraten. Wie sollte ich betrübt sein über ungläubige Leute? Über das, was euch passiert ist, kann ich nicht traurig sein. Ihr seid böse Menschen, die nicht an Allah geglaubt haben. Und ich habe euch doch immer und immer wieder an Allah erinnert und euch gewarnt. Kleiner Muslim, das war die Geschichte vom Propheten Schuaib. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Bring dann etwas mehr Zeit mit, denn ich möchte dir eine wirklich wunderbare, sehr spannende Geschichte erzählen. Bis dahin, Assalamu alaikum wa rahmetullah. Das war die Geschichte. Vielen Dank.